Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Mr. Hunter 523. Und zwar geht es heute einfach nur kurz und simpel darum, eine Petition für FIFA 2012 zu unterschreiben, dass die dritte Liga drin vorkommt. Ich gebe jetzt hier den Link, kopiere ich rein, ich wähle Fraps rum, ja da klicken wir drauf und dann sehen wir hier die schon unterschriebenen Stiften, also die Unterschriften und hier die Ziele, die Sie halt erreichen wollen. Ihr klickt hier drauf auf unterschreiben, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und zwar sind wir jetzt hier. Dann gebt ihr hier euren Vornamen, Nachnamen, E-Mail, ein Passwort und ein Kommentar hin. Dann klickt ihr auf unterschreiben und danach kommt nochmal, unterschreiben, halt die Bestätigung, dann habt ihr quasi schon unterschrieben. Ich bitte euch, unterschreibt kräftig für die dritte Liga in FIFA 2012. Tschüss und bis zum nächsten Mal.